Die ARD ist an ihm dran. Wir machen kurz Pause, meine Damen und Herren, und dann Natalia Wörner. Gleich geht es prägend weiter mit Schöfer-Uferweizen und TV-Spielfilmen. Ist es nicht wunderbar, das ganze Wochenende für Null Cent zu telefonieren und an allen bundeseinheitlichen Feiertagen? T-Com, holen Sie raus, was drin ist. Jetzt einfach für den neuen XXL-Tarif anmelden. T-Com, einfach magisch. Zeichensätzen, Wilkinson Quattro, der weltweit einzige Nassrasierer mit vier Klängen und zwei Aktivstreifen für die gründlichste und sanfteste Rasur von Wilkinson. Bist du bereit? Neu, Wilkinson Quattro. Get ready. Das einzig wahre Warsteiner. Nikon Coolpix Erst fühlen. C'est rond. Schnuppern. Oh, c'est bon. Und jetzt schmecken. C'est mediné. C'est rond. C'est bon. C'est mediné. Keine Angst. Die wollen nur spielen. Unsere Top-Comedians am Funfreitag. Los geht's mit Kaya Yanna. Salam und herzlich willkommen zu... Richtig. Man hilft ja, wo man kann. Ganz heiß wird's um 21.45 Uhr bei Mensch Markus. Und direkt danach Ladykracher. Äh, Geschlecht? Meins. Weiblich. Vom Partner? Männlich. Wir passen nicht zusammen. Lustig. Ey, Typ! Was starbst du ganz Zeit meine Schwester so an? Sechsapack. Weil ich dir dich? Und Harald Schmidt. Zack! So Zeit, dass du dem auch ausschmeißen. Unser Funfreitag in Sat.1. Die Nachts hat eins Nachrichten. Baggern, bis das Christkind kommt. Auf Weihnachtsfeiern werden Kollegen zu Flirtpartnern. Und wir haben die Tipps für den Tag danach. Mehr dazu nach Harald Schmidt. Mein heutiger Gast ist eine sehr attraktive Frau und eine tolle Schauspielerin. Zum ersten Mal bei uns morgen Abend zu sehen. 20.15 Uhr hier in Sat.1 im Spielfilm, wenn Weihnachten wahr wird. Herzlich willkommen, Natalia Wörner.